Achse und Mensch bedeutet für mich Bewegung. Wir versuchen, den Ball zu hören, weil wir können ihn ja nicht sehen. Und der Ball muss auf der anderen Seite ins Tor kommen. Man muss sich gut konzentrieren können, ja und flink also auch sein. Das bedeutet mir sehr viel, weil ich endlich so mich bewegen kann und spielen kann, mit anderen zusammen spielen kann. Das ist mit einer Behinderung also kein Problem.